Hallöchen und herzlich Willkommen zu Let's Play Super Mario World mit mir, dem Fisch. Ja, genau. Wollen wir erwähnen, wie oft wir schon versucht haben es aufzunehmen? Waren es viermal oder drei? Es waren bestimmt mehr als viermal, wenn wir die kleinen Versuche auch noch mitzählen. Aber wir waren bestimmt schon dreimal ziemlich weit. Dreimal waren wir Vanilla Dawn. Egal. Ja, jetzt nehmen wir nach langer Zeit wieder auf, also wir wollen es wieder versuchen. Ich habe meine Safe-Set-Tasten wieder umbelegt, weil das war so der Grund, warum bis öfter eine Aufnahme kaputt gegangen ist, weil ich einfach so dumm bin und den Safe-Set lade und dann disconnectest. Ja, bekanntlich. Richtig. Und insofern wollen wir es diesmal verhindern und benutzen keine Safe-Set-Tasten. Hoffentlich. Ja, haben wir ja sowieso nicht, aber wenn ich dann immer draufkomme, das ist echt schlimm. Ja, ich hoffe einfach mal, du kommst da nicht mehr drauf. Nicht auszuhalten. Ich würde mich zumindest wundern, wie du da jetzt noch draufkommst. Er liegt auf X und Y. Sag ich mal ausdrückend, ob es funktioniert? Ach nein, bitte nicht. Vom Gamepad auch ist es zur Tour gekommen. Aus Versehen. Die Hand ist mir ausgerutscht. Kann ich nix für... Wie macht schon das so? Du hättest auch einfach direkt hochwerfen können und dann... Aber es ist viel... Dings... Cooler, ha? Ne, viel gefährlicher. Wow, wow, wow. Wowi, wowi. Wowi, wowi. Wowi, wowi. Man, das ist das erste Level und... Verschweigt... Begibt sich jetzt schon in so große Gefahren. Ich bin echt zu dumm zu Mario spielen. Böschchen. Nein, nein, es liegt ja nur an der Latency. Oh Gott. Ups. Ich hab's geschafft. Ich bin geil. Wie viel versuchen? Wird's gut. Ich bin echt zu. Soll ich rüste ich? Rüste. Ich steh auf... gebratene Chugs. Insofern, gerne. Und... ...Aubii und Aufi. Wowi, wowi. So. Man fand sich nicht schlecht. Na, geht. Na, 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 na. Hey. So. Ja. Äh. Das da... ist uns schon mal das erste Level geglückt. Hm. Einmal ja. Ja. Lief beim ersten... bei den ersten paar Malen nicht ganz so reibungslos. Sehr schön. Ich weiß. Hoppla. Ja. Ja, Yoshi labert mir ein bisschen zu viel. Vor allem, da er eigentlich nicht labern kann. Ja. Ich weiß nicht alle gegen Dinosaurier. Ich versteh's nicht. Ich eh auch nicht. Ich mein, der tut das schon. Achja, machen wir bitte jetzt die gerechte Lebensaufteilung? Ich will nur sicher gehen. Also mir ist es ja egal. Ich freue mich über jedes Leben. Dann kriegst du gleich ein paar. Ja. So. Wo war nun mal das Bonusleben drin? Weiß ich nicht mehr. Ist ja auch nicht. Das sind wir für alle durch. Nein. Nicht alle. Ah. Gefunden. Nein, 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 nein. So. Hm. Hey. Oh. Mein PC ist laut. Kann das sein, dass es mich nicht hört? Das wäre ein bisschen super optimal. Äh. Minimal. Aber ich glaub kaum, dass man das dann richtig hören tut. Also wenn du minimal sagst, dann heißt es meistens maximal oder instizent unmöglich laute. Ach, Quatsch. Hey, ich wollte dir grad Leben geben. Oh. Ich glaub, es ist viel zu langsam. Das Marsch muss schneller werden. Okay, äh, ich werd's mir vornehmen. Muss jetzt auch wieder ein paar Leben fahren. Ja, du, drei gehen da schon immer rein. So, dann kriegst du noch sechs von mir, hast du 16, 16 zu 2. Ich find das ist ne gerechte Lebensaufteilung. Ja, ich auch. Definitiv. Ja, so sind wir uns einig. Und du wirst speichern, egal was passiert. Hm. Nicht, dass jeder das passiert wie letztes Mal. Ja, ist auch ganz lustig, wenn wir die Aufnahme unterbrechen müssen und dann so ein Cut und dann hab ich wieder mal Licht gespeichert, weil ich so cool bin. Das müssen wir unbedingt wiederholen. Hm. Du bist so ein Held. Okay. Das war jetzt aber gerecht aufteilen. Ja, nice. So, das hätte jetzt viel schneller gehen können am Anfang, aber... Ich bin ja nicht hier, ich bin ja nicht hier alleine und insofern kann ich auch nix was geben. Ich wollte mich nicht überstürzen. Ich kann auch so durchrennen. Ich kann auch so durchrennen. Ich kann auch so durchrennen. Das passiert mir immer wieder. Nein, 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 nein. Ich meine, schade, dass Yoshi jetzt untergekommen. Ja, in der Tat. Sehr, sehr schade. Aber da kann man jetzt nichts machen. Okay, man kann vieles machen. Man kann es auch sein lassen. Ja. Ich sollte aufhören zu reden, oder? Wieso kommt die nicht raus? Weil die... Weil ich sie rausgekriegt habe. Du bist ein Gangster. Ich weiß. Ich bin echt der Gangster. Nein, bin ich nicht. Oh mein Gott. Fall bitte mal runter, du sollst vor mir failen, sonst ist es wieder so peinlich. Also fest steht ja, dass ich hier den meisten Mario-Skill habe und irgendwie überhaupt nie fail, oder so? Niemals. Nie. Niemals. Ich bin Zeuge, er fällt nie. Ja. Zumindest nicht innerhalb von einem Versuch. Nee, Quatsch. Nee, Quatsch. Ich hab' keine Ahnung. War gar ein bisschen unlogisch, aber richtig. Scheiß nur mal drauf. Ah, ich glaub' ich sag' die Burg machen. Nee, ich dachte die Mann. Außerhalb des Gesetzes. Ja, natürlich wenn ich das richtig. Musst du sagen, ne? Na? Nein. Die Blioschiemen zu danken bis zu ein Held. Weißt du was? Da kommen so fiesig. Oh, 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 oh. Ich sag' dir, wenn du von einem Fisch getötet bist, ne? Blanke-Ironie. Hahaha, dann mal wieder mit sich. Ja, man muss ihn verstehen können. Nein, bin ich blöd. Bis so ein Held. Puh. Soll nicht so überlaufen werden. So, gibt, 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 ja. Ja. Und auch wieder ein paar Themen. Danke. Danke. Nein, 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 nein. Da kommt eh zum Schluss noch ein Fisch, den kannst du. Den hätte zertönen können. Jetzt nicht mehr. Wow, 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 der macht mir Angst. Du kannst auf den Verstausch springen. Nein, kann ich nicht. Dafür bin ich viel zu blöd. Es dürfte es zu wissen. Ach, das stimmt. Ja, das stimmt. 24. Mein Rekord, mein Schwanz. Ich vergesse es immer. Du darfst auch die Burg machen, ein Wunder ist geschehen. Pff, ich bin erstaunt, dass du nicht gefehlt bist, aber gut. Ja. Und da gibt es immer wieder. So, Gericht der Lebensaufteilung. Wie immer. Definitiv. 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 Dieses Wort. Na komm. Ich weiß, was du vorerst. Ja, ich werde wieder farmen. Hast du gut erkannt. Ah, das sind sowieso meine Lieben aus dem Leben. Was glaubst du, warum ich die farme? Das ist ja kackt. Ein bisschen. Meine Kill-Kombo läuft immer noch an. Na komm. Hä, dem sein Gesicht hat sich durch dieses Gitter durchgepackt. Ganz was. Nein. Doch. Nein. Doch. Nein. Nein. Ich muss Leben fahren. Mann. Weißt du, die kommen schon zu mir gerannt. Ähm. Ich hab jetzt schon 10. Anfangs waren es nur 2. Ach, das krieg ich jetzt von dir. Ja. Oh, ich sag dir. Nein. Du hast schon vor, Wendell hat um 50 Leben von mir. Hier geht der Wett mit dir drauf ein. Weiß ja keiner. Richtig. Hoppla. Oh. Mach keinen Scheiß hier. Ich mach aber gerne Scheiß. Das ist voller Ernst, du. Ne. Okay. Soll ich die italienische machen? Ist das bei dir auch schon verpackt? Nicht, oder? Äh, ich glaub nicht. Bei mir ist das grad der wie verpackt. Soll ich ein Screenshot machen? Ja, mach mal. Ich bin gespannt. Schwarzes Kind. Oh Gott. Kleiner, kleiner Luigi mit großem Kopf. Alter. So ein Gletscher hab ich auch noch nie gesehen. Bei mir hat's grad übelst gepackt. Also da war im Background. Das könntest du ja sogar einblenden, wenn du Schneidekünste hättest. Wenn. Ich lese vor. Ich lese vor. Ich lese vor. Halt, stopp. Halt, stopp. Mario has defeated the demented Iggy Cooper in Castle 1 and rescued Yoshis friend who is still trapped in an egg. Together they now travel to Doomnetland. Das macht keinen Sinn, weil Luigi ihn fertig gemacht hat. Ist mir egal. Na, immer bist du der Held. Naja, ist klar. Ist, ist klar, du. Ist nur gerecht. Ist genauso wie die Lebensaufteilung. Richtig. Hey, du hast gespeichert. Was bist du für ein Lobo? Ey, dafür bist du ja da. Du speicherst ja nicht. Irgendwie komme ich nicht weiter bei meinem Bild. Darf ich, äh, das, äh, ich darf mich in die Starworld rennen? Nein, darfst du nicht. So wie beim allerersten Mal. Nein. Nein. Ich bin zu behindert. Nein. Ich darf also nicht zu, Bowser. Nein. Schade. Nur auf dem normalen Weg. Oh. Hey, zwei Fehler. Hey. Mal gucken, wann verliert der der erste. Ja, du kannst sie, du kannst sie wegschleinern, diese Feuerkuhlen. Du bist so ein Held. Ah, ja, ich weiß. Nein, 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 nein. Oh Gott. Meep. Meep. Halt dein Maul. Halt dein Maul. Ja. Meep. Pssst, Marshall. Halt die Fresse. Halt die Fresse. Meep. Marshall. Meep. Ich möbte gleich einen. Ach komm, ich hab kein Bock mehr, ist wieder eh nix. Ja, genau. Wirklich. Ah, ich liebe dieses Spiel. Scheißdreck. Meine Fresse. Ah, es macht immer wieder Spaß. Nein. Doch. Doch, es macht Spaß. Hüpp. Und fliegen und hüpfen und ja, Commentary ist eins meiner Stärken nicht. Naja. Es ist zweifelhaft. Weil, während ich mich konzentriere, da geht gar nix. Richtig. Glaube ich. Ich kann hier nix beweisen, aber Ella wartet gerne mal etwas. Ähm, wir gucken. Ey. Hast du schwarz? Ach. Wenigstens hast du, äh, Dings, das, das, das Ding erwischt. Das, 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 das Ding erwischt. Das, 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 das reichen aber nicht. Du willst unbedingt Yashia haben, ne? Ja. Tja, mein Sohn. Ich muss dich leider enttäuschen. Oho. Oho. Das ist mein kleiner Peter, dieser Dinosaurier. Das kann ich dir nicht sagen. Sonst tust du wieder Dinge mit ihm. Hey, wenn du jetzt stirbst, wenn du jetzt stirbst, dann schwörst du dir. Lachst du mich aus? Ja, aber würde ich mich auch auslachen. Äh. Ja. Es hat gerade auch bei dir gehängt? Ja. Gern. Gern. Als du gerade sagtest, es hat mir auch gehängt. Hi. Bist du nicht, Yash? Ich habe keinen vergessen. Bis irgendwo. Ich mache den Secret-Exit, da brauche ich keinen keinen. Einglick. Ja, ich habe den Sound nachgemacht für die Federkung. Aha. In der Tat nicht interessant. Ja, ich habe den Sound nachgemacht für die Federkung. Was tue ich hier? Keine Ahnung. Ach so. Macht sein. Stylish Leder-Mäusicle. Okay. Na komm. Boah. 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 gut und sich verkackt insofern ich muss nur merken dass von der anderen Seite schießen muss sie sind auch auf sie ist wie Schuheft buchstätig werden Dings in den Besuchten Nürnberg aber das war so gut ist Englisch die Progresse wie heute bis 5 will er nicht der ganz cool Also Leben habe ich ja genug, im Gegensatz zu dir. Was machst du eigentlich die ganze Zeit? Ich versuche voranzukommen. Würde ich natürlich auch so lösen. Also ist es gerade überhaupt nicht strange oder so. Ich weiß. Aber ich habe die Shell gut durchgepackt, oder? Ja, ist doch sehr schön. Sehr nice. So, ich brauche auch zwei Fehlern, weil ich so cool bin. Naja, eigentlich nicht. Kann man sich jetzt drüber streiten? Nein, es steht eigentlich fest, dass es gar nichts sein kann. Das wäre eins der achten Weltwunder. Achso. Dann bin ich jetzt etwas erstaunt. Nein, 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 nein. Was tue ich da? Es wäre mal ganz lustig, wenn du wirklich sterben würdest, bevor ich gestorben bin. Das wäre echt geil. Auf den Tag wartest du, ne? Ja, würde ich glaube ich drauf retten. Glaub ich dir, glaube ich dir. Warum kann man ja Schieß-Island nicht zusammenspielen? Keine Ahnung, keine Ahnung, keine Ahnung. Nicht schlecht daran, dass ich es kaum gespielt habe. Ja. Ich habe ja Schieß-Island früher durchgespielt wie Super Mario. Ich bin nicht. Ich bin nicht. Super Mario war eines der allerersten Spieler, die ich hiermals gespielt habe. Ne, wait. Ne, wait. Darauf nehme ich jetzt erst mal Ticket. Da gibt es noch eine Secret Area, glaubst du, die schafflich? Hm, du? Schwierig. Äh, du weißt, wo sie ist, ne? Nein, habe ich vergessen. Ich habe es geschafft. Ich habe es geschafft. Ich bin so geil. Ich bin so geil. Ich traue dir jetzt noch zu, dass du so eine deiner beiden Federn verlierst. Ja, völlig sowieso. Geh da rein. Oh, er lässt sich nicht auf die Leben ein. Ah, 27, so ein Skill. Sexy. Ne? Na 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 na, na 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 Nao. Schade eracht noch. Dann darf ich so ein lustiges lustiges Bonus geben. Was ich überhaupt nicht verkacken würde. na sworn. Hat mich gespeichert Hm. Ich brauche die Top Secret Area zur Zeit nicht. Gangster supersуют clients. Richtig. Das ist fast herrter als ich. Und das ist schon schwierig. Can piss auf die узнаhste Augen. Mal als Stopp. Das war fehl. Das war definitiv onurday unpredictable. pretending. Nein, 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 nein. Feder nehme ich mit. Falle ins Loch, ich meine, ähm, ja? Hi. Hi. Nein, du hast nicht gesagt, dass ich ins Loch fallen soll. Nein. Habe ich nicht gehört oder so? Komm nicht drauf. Ich habe keine Ahnung. Hi. Hallöchen, Ausgang. Hi, ich habe 27. Hi, mein Hi. Dafür spiele ich jetzt das Bonus-Game, dass sich sowas von verkacken wird. Guck mal, jetzt habe ich die, ach, die du noch brauchst. Oh, das ist unfair. Hä, was gibt... Ah, danke. Eins, zwei. Billig. Hey, wenigstens kann ich dir die zwei Leben geben. Ja, das stimmt. Ja, kann es mal sehen. Kann es mal sehen. Ich habe auch nicht schon viel zu viel Leben oder so. Geht es nur mehr so, dass ich sie jetzt auch diesen einen Punkt im Wasser da? Wie ein Punkt? Den Level-Eingang unten. Ähm, ja. Wir wollen dann nicht verraten, dass das eine, ein, ein, hier, längst geheimliches Versuch. Oder so? Weiß auch keiner. Niemand. Oh ja, oh ja. Ich kann niemals an Tageslicht kommen. Ich glaube, ich kann jetzt eben überfliegen. Hm. Es sollte möglich sein. Okay, ich... Ob du es, ob du es hinkriegst, ist eine andere Sache. Hä? Was tust du da? Ich fliege wieder zu drücken, wenn ich andere auswohlen kann. Ach so. Ja, macht Sinn. Flieg, Johnny, flieg. Nein. Nein. Lol. Lol. Ohne Worte. Das hat keiner gesehen? Das hat keiner gesehen? Niemand. Scheiße. Soll ich dir noch ein Leben geben? Wenn du jetzt verkackst, dann lach ich. Ah, schön. Was? Commentary. Äh, ja, hi. Ähm. Wie man sieht, überfliehe ich gerade dieses Level. So wie der Fisch es eigentlich vorhatte. Aber es nicht geschafft hat. Richtig. Mann, ist das unfair. Scheiße. Ich habe sogar noch dieses Ding erwischt. Ja, freu dich, die Schnitzel. Hatte ich vor. Wie heißt das überhaupt? Weiß ich nicht. Ach so. Was steht in Lunar Magic? Nennen wir es Zielbrett oder so, keine Ahnung. Das stimmt, glaube ich, was anders in Lunar Magic, aber egal. Ich weiß. Ich kenne mich auch nicht so aus mit Lunar Magic. Lass mich. Ah! So ein Held. Ja, da komme ich ja gar nicht hoch. Das ist ja unfair. Richtig. Also mit Joshi hat das jetzt definitiv einfach... Wow, 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 wow. Wowi, wowi. Ja, wowi, wowi. Die Röder hat es nicht drauf. Wow! Warum fährt die noch? Also... Hast du die Verarsche? Du hättest die Feder auch von Anfang an nehmen können. Nein, 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 nein. Doch. Ich weiß. Ähm. Hast du gesehen, wie ich ihn gekillt habe? Das war so stilisch. Das war so stilisch, dass ich meine Feder dabei verloren habe. Richtig. Macht doch keinen Sinn oder so. Ich habe nicht gerade gestöhnt oder so. Das hat nur so geklungen. Das war nichts Ernstes. Der Fisch ist so. Nein, nein, nein. Wowi, wowi. Wowi, wowi. Nein, ich wollte gerade hochhüpfen, Dreckschein. Ich meine, hi. Hi. Warum habe ich schnell wieder 29 lieb? Hm, ich weiß es nicht.